Die Töne Der kündig, der findig, der fein Über die Brüstung Vormittags glast und gleist Lehnte der Münstergeist Behaglich und wohlgetan Da langte der Feind zuerst an Warum denn so spät, wenn zehn Minuten auf ein Uhr geht Und glänzest ja gar und hast ein Blötchen im Haar Fein wie ich wuchs, schlüpft ich durch einen Buchs Wie ich den Buchs durchschlüpft Kam eine Amsel mir auf den Kopf gehüpft Ein Lichtstrahl ist mir ans Bein geschossen Da waren wir drei Genossen Die Amsel hat gesungen und ich hab gesungen Und ein Lichtstrahl ist mir herumgesprungen Hast wohlgetan Da langte der Feind nicht an Warum denn so spät, wenn's elf Minuten auf ein Uhr geht Und du glänzest ja gar und hast ein Röslein im Haar Ich verirrte mich richtig bald In einem heimlichen Wald Drin huschelt ein Bach Dem tuschelt ich nach Im Bach hat eine Jungfrau gebadet Die war mit Schönheit begnadet Der Himmel von oben hat zugeschaut Da hab ich mir's gleichfalls zugetraut Hast wohlgetan Da langte der Kündig an Warum denn so spät, wenn zwölf Minuten auf ein Uhr geht Und glänzest ja gar und hast ein Kränzlein im Haar Ich trennete frei ohne Schranken Da ging ein Mann in Gedanken Ich dachte, was der wohl denken mag Und begleitet ihn hinterm Hack Er ist in ein Haus gegangen Private mit Jubel empfangen Vom Jubel mochte ich die Mäulchen sehen Und blieb halt ein Weilchen am Fenster stehen Hast wohlgetan Fand morgen wieder an Geht nun mit den übrigen Strahlen Der Glocke das Herz zum Malen Mal gut ungescheut Was immer euch freut Denn freudig und gär Ist der künste Kerl Höst 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 Untertitelung des ZDF, 2020